Am Anfang waren wir Freunde und jetzt sind wir Geschwister. Dazwischen waren wir unsere eigenen Eltern. Schau, was geht mit dir. Du hast kein Geld mehr. Du hast keine schöne Frisur. Vielleicht brauchst du irgendwas anderes. Einen Gürtel oder... Einen Schar. Schau, was geht mit dir. Du hast kein Geld mehr. Schau, was geht mit dir. Irgendwo ist es immer. Sorry. Vielleicht nicht hier und vielleicht auch nicht woanders. Hallo, wo bist du? Wo gehst du hin? Ich bin hier gefangen. In einer viel zu engen Gasse. Der Wald. Der Berg. Hallo, eins und eins und eins. Leider find ich nicht mehr zurück. Vielleicht brauch ich was anderes. Vielleicht brauch ich was anderes. Hallo, wo bist du? Hallo, wo bist du? Wo gehst du hin? Irgendwo ist es immer. Irgendwo ist es immer Sommer. Irgendwo ist es immer Sommer. Vielleicht nicht hier und vielleicht auch nicht woanders. Irgendwo ist es immer Sommer. Vielleicht nicht hier und vielleicht auch nicht woanders. Ich weiß. Aber ich glaub, ich werde ihn finden. Aber ich glaub, ich werde ihn finden. Irgendwo. Irgendwo ist es immer noch. Und die Wetterbedingungen ständig. Und aus dem netten Wetter wird ein Schlimmes, ein Böses. Und mein Kopf wird größer und größer und fliegt davor. Wo fliegt er hin? Natürlich auf den Boden. Was macht er dort? Natürlich nachdenken. Aber nicht sehr klar formuliert. Sondern nur, um irgendwas zu tun. Aber nicht so gut, Folgendes. Und das ist immer noch besonders nah. Die Wetterbedingungen. Sondern die Wetterbedingungen. Untertitelung des ZDF, 2020